Ach, hier ist noch mal so ein Medusa-Typ. Oder Typin. Wie auch immer. Gut. Okay, Fena muss ich auf jeden Fall mal wieder heilen. Das ist vor allen Dingen noch zeitnah. Machen wir sofort. Aber erst mal kommt Puffi ran. Der war viel zu lange in der Versenkung verschwunden. Dann kann er ruhig mal wieder mit angreifen. 224 Damage macht er nämlich immerhin. Was haben die denn gerade in ihrem Gesicht? Was ist denn das? Haben die immer noch einen Zauberblock? Kann das sein? Die haben immer noch den Zauberblock. Das sehe ich jetzt aus. Scheiße. Na gut, okay. Muss man so angreifen. Fena kann auch nicht heilen, ne? Nee, kann sie nicht. Shit. Na gut, okay. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie aufheben kann. Ich weiß nämlich gerade nicht wie. Brauche ich glaube ich irgendein Item für. Warte mal. Justin kann nochmal... Faulschlag kann er nicht machen, weil er hat nicht mehr genügend SP. Also Technikpunkte. Schade, schade Tomate. Lass die in Ruhe. Mann. Schrecklich die Typen. So, auf jeden Fall haben wir schon mal eine weg. Klatsch jetzt immer so lange auf den Gegner drauf, bis er tot ist. Ja. Okay, das hat gesessen. Also ich meine das mit... Ich klatsche so lange auf den Gegner drauf, gemeinschaftlich, bis er tot ist. Anders hätte der Satz nämlich keinen Sinn ergeben. Ich klatsche natürlich so lange auf die Gegner drauf, bis sie tot sind. Aber das war gerade gemeinschaftlich. So nacheinander. Macht zwar auch nicht viel Sinn, aber... Das ist nicht schlecht, oder? Stolz. So. Da ist Level up für Fena. Kommt beim übernächsten Mal. Fena, 500 Punkte. War gerade falsch. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie diese Zauberblocker aufheben kann. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendein Item für habe. Ne, nicht weg. Gegenstand war das. 150 tp. Gefallen und von den Toten. Eikraut. Halt 20 zp. Alle Stufe Verbündete. Okay. Windangriff. Ne. Plage bei einem Feind. Ist das eine Plage? Ne, wir haben keine Plage. 90 sp. Halt Plage. Ne, habe ich leider nicht. So, habe ich nicht noch irgendein Item, was ich gerade irgendjemandem geben wollte? Achso, hier die Drachen schuppen. Äh... Halt. Nein. Da oben wollte ich hin. Ausrüstung. So, gucken wir mal. Äh... Aktion Vaters Abzeichen. Schmuck. 15 Bewegung. Hat einen Stern. 2 Schutz gegen Schlaf und Verwirrung. So, da kriegt sie jetzt mal... ...den hier. So. Okay. Er hat Schmuck. 2 Schutz gegen Schlaf und Verwirrung. Ne, Quatsch. 4 Plagen Schutz. Okay. Ja gut, das ist okay. Mehr brauchen wir da nicht umzukonfigurieren. Das passt so. Da sind noch... Doch mal Gegner. Ich hole das bei Seite. Beleber. Sehr gut. Bleibs jetzt da. Mann. Das ist abhauen. Romisches Vieh. So, ich glaube, das müsste jetzt auch hier so langsam, aber sicher... ...die letzten Gegner sein. Hoffe ich doch mal. Gatwin. Achso, er kann ja wieder keine Angriffe machen. Doch, Feuersäule kann er machen. So. Vena. Ist auch blockiert, ne? Ja. Könnte nur Technik machen. Hat aber keine Technikpunkte mehr. Also SP. So, da kommt die Feuersäule. Mal gucken, wie viel sie bringt. So. Wasser hat gut was gebracht. Justin hat ja auch keine Punkte mehr. Ne. Also nur noch normale Angriffe machen. Bei Suu ist es ja das gleiche. Doch sie können nochmal Puffy machen. Warum noch nicht? Gut. Machen wir nochmal Puffywurf. Dann hat es nämlich auch irgendwann mal das Level ab. Der Puffy. Boah. Bup, 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 bup. So, komm. Zerschlag das Vieh jetzt. Meine Güte. Drei HP nur noch bei Fena. Oh, Gatvin hat daneben gehauen. So, weg mit dir. Mann. Ich bräuchte unbedingt mal einen Speicherpunkt, wo ich mich heilen kann. Beziehungsweise wo ich diesen Zauberblocker loswerde. Weil sonst wird das nix. Ich hab nämlich kein Item, was das aufhebt. Hm. Doof. So ein kleines bisschen doof. So. Ähm. Heilen. Ich wollte einen mal heilen. Kann ich das jetzt außerhalb vom Kampf eigentlich machen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Äh, halt. Ich kann das nicht mal außerhalb vom Kampf machen? Oh. Das ist übel. Aber ich kann einmal... Ne, ich kann auch kein Rara machen, weil ich keine Punkte dafür habe. Na gut, dann muss ich mal ein Item ausgeben. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja genügend zum Heilen. So. Da oben waren leider nochmal Gegner. Ah, es wird nicht weniger. So gefühlt. Es sind einfach sehr, sehr viele Gegner. Und so langsam gehen mir, wie gesagt, auch ein bisschen die... Ja, Sachen aus. Ich kann ja keine Angriffe mehr machen hier. Ich muss die jetzt die ganze Zeit so... Verkloppen. Trainer hat auch keine Punkte mehr. Okay. Oh, hat jemand gerade geblockt? Ich glaube, Gatwin hat gerade geblockt. Aber Gatwin hat auch leider keine Zauberpunkte mehr. Na gut. Dann müssen wir die jetzt irgendwie so verlaschen. Was machen die denn? Ein ewiges Rumgeeier mit den Heinis hier. Einmal draufkloppen, bitte. So, einer weniger. Eine weniger. Und da nochmal mit draufhauen. Für den Fall der Fälle. Ja, ist tot. Und da kommt nochmal ein Amulett raus. Jo, komm, try again. So. Okay. Gut. Wieder ein Gegner. Ein paar weniger. So. Okay. Wo geht's hier lang? Kommen wir hier irgendwo hin, wo wir hin müssen? Unter Umständen? Ja. Sehr gut. Das ist jetzt offen. Ich weiß nicht, ob die andere Seite auch gleichzeitig mit offen ist. Ich muss mal noch hier oben noch schauen, ob es da noch irgendwas gab. Ich hätte da auch mal lang gehen sollen. Eventuell. Ja, super. Das war für die Katz. Mau, mau. So. Waren jetzt der Eingang? Hier, glaube ich, ne? Genau. Das ist jetzt offen. Muss ich da noch irgendwie rein? Da komme ich aber nicht rein. Ähm. Ja, gut. Hier komme ich da auch nicht rein. Hä? Wie komme ich denn da rein? Da ist nochmal eine Kiste, wo ich noch nicht war. Habe ich das jetzt irgendwie gerade entgegengesetzt, aufgemacht? Oder wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Seltsam. So. Item. Mitnehmen. Was gibt's hier Schönes? Todesamulett. Boah, gut. Guck mal, da oben stehen Galai-Truppen. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und da ist nochmal so eine Heulboje. So eine Medusa-Tante. Und hier ist nochmal so ein Tor. Ich hätte hier ganz gerne nochmal einen Speicherpunkt. Äh. Ne, hier war aber keiner. Äh. Das wird interessant. Das wird sehr interessant, gegen Galai-Truppen zu kämpfen, ohne dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, nochmal sich zu heilen. Ich hoffe, man hat das nicht gegen die kämpfen muss. Ich meine, ich glaube, die hier machen im Allgemeinen eh mehr Damage. Weg mit dir. Löde Kuh. So, ein Gegner weniger. Lass dir mal bitte den Gatwin jetzt in Ruhe. Mann. Wieso hatten die noch volle HP? Ach, das war... Äh, alles klar. Okay. Gut, ich hab, äh, die andere hat sich quasi so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Also, die hatte ich vorher angegriffen. Ich dachte, die wäre tot gewesen. Aber okay, war sie nicht? Dann ist sie's gleich. So, weg mit dir. Wunderbar. Das hat geklappt. Eine maximal noch. Beziehungsweise minimal noch, wenn ich's richtig gesehen hab. Können aber auch zwei sein. So, Fehler, Level ab. Wunderbar. Stufe 19. Ja, gut. Läuft. So, hier liegt noch Geld auf der Straße. Ansonsten haben wir hier leider keinen Speicherpunkt. Na gut. Hier in dem ganzen Areal war auch kein Speicherpunkt. Fällt mir gerade so ein. Da ist nochmal so ein doofer Gegner. So, das müsste jetzt, wenn ich's richtig gesehen hab, der letzte von dieser Truppe sein. Die sind nämlich auch ganz schön nervig. hoffen wir es einfach mal, dass es dem so ist. So, hoffen wir mal, dass sie jetzt relativ schnell weggewemst bekommen. Ja, doch. Normalen Angriff. So, nehmen wir die hier, die gerade in Kampfstellung gegangen ist. Ne? Oder Oh, Move gekontert. Sehr schön. Das ist immer ein heilloses Chaos, wenn alle auf, äh, unterschiedliche Gegner gehen. Das ist echt ein heilloses Chaos. Wenn man nicht weiß, wer, wie, wo und warum. So, die da müsste jetzt weg sein. Die müsste weg sein, besser gesagt. Ach, das ist auch schon ein Gegner weg, siehst du. So, da müsste ein Konter passieren. Oh, Autsch. Hatte ich gehofft. Naja, leider nicht der Fall. So, gut. Schönes Ding. Alle platt gemacht. Das war gut. So, mit ein bisschen Glück waren das jetzt alle von diesen Medusen. 700 Punkte noch bei Sue für den nächsten Level. Was? Mach's auf die Kuhart und leck übers Gesicht. Ja, mach ruhig. Schönen guten Tag. Hey, wo seid ihr? Ihr könnt hier nicht rein. Wo seid ihr? Was wollt ihr hier? Wollt ihr wahrscheinlich eher fragen. Ihr könnt hier nicht rein. Die Karlai-Truppen führen hier Erkundung durch. Oh, Moment. Wir sind nur, äh... Seid ihr Fremdenführer? Wurden ihr geschickt, um bei den Zwillingsturmstudien zu helfen? Ähm, ja, eigentlich sind... Stimmt, genau. Wir sind Fremdenführer. Ja, ja, wir sind Fremdenführer. Unser Boss sagt uns, äh, euch hier herumzuführen. Oh, na dann. Oh, wir haben auf euch gewartet. Wir könnten den Eingang zu diesen Ruinen nicht finden. Boah, danke fürs Türöffnen. Vielen Dank. Okay, schnell rein mit uns. Wir können die Einzelheiten drin besprechen. Keine Ahnung, wie wir's gemacht haben, aber wir sind reingekommen, ohne viel Aufsehen zu erregeln. Ne, Justin? Shh, sie können dich hören zu. Und macht schon, ihr Schnecken, hinein. Ja, okay. Hetzt mich doch nicht. Hetzt er mich hier einfach so, der Penner. Kann ja wohl nicht wahr sein. Schönen guten Tag. Oh, nun, äh, das kann ich verstehen. So seltsam sind die Ruinen. Warum gibt's keinen Eingang? Hä? Wo kommt ihr denn her? Ihr seid nicht wie Soldaten gekleidet und ihr seht nicht aus wie Leute von hier. Wir sind die fremden Führer. Wir wurden hergeschickt, um die Zwillingstürme zu studieren. Oh, Führer. Nun, führt uns zum Eingang. Diese Ruinen sind wirklich nervig. Okay. Hallo. Was ist mit euren Uniformen passiert? Wenn Lieutenant Nana euch so sieht, wird sie euch Moris lehren. Wir sind keine Soldaten. Wir sind die Führer aus Gumbo. Oh, ihr seid von hier? Nun, das überrascht mich. Schöne Mädchen, wie du, lassen mich wünschen, für immer hier zu leben. Nun, wir beide würden sehr gut miteinander auskommen. Was? Okay. Ja, Sue ist alles klar. Sue ist schon wieder ein bisschen rattig, hätte ich beinahe gesagt. Hallo. Wow, diese Panzer sind nicht für das südliche Klima geeignet. Es ist verdammt heiß hier drin und das lockt Insekten an. Es ist viel Arbeit. Folge diesen schweren Spuren. Ja, ich beneide diese Drachenflieger. Ich hörte, das Drachentraining ist super hart, aber ich hätte es auch getan, wenn ich das gewusst hätte. Okay. Na gut. Na gut, da ist ein Speicherpunkt. Sehe ich gerade. Den habe ich eben irgendwie übersehen, scheinbar. Und dann würde ich sagen, speichern wir hier einmal.